Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier im Kanal. Heute gibt es wieder einen Doverie Haul für euch und diesmal gibt es DM und Rossmann zusammen und ich würde auch sagen reden wir gar nicht lange drum herum, sondern beginnen wir auch direkt mit dem Video und let's go und fangen wir erstmal an mit DM. So ich war ja eigentlich erst bei DM, aber ich war dann, ich habe die DM heruntergeladen, dass man bei jedem Einkauf halt auch wieder sparen kann, also bei fast geben und halt Payback-Punkte sammeln kann und ich habe dann auf der DM-Seite gesehen, dass es eine neue mehrere Tuchmasken gibt und eine neue, oh mein Gott, das Pickaging hat es mir besonders angetan, das ist von Balea Chai Latte Tuchmaske Limpel Edition intensive Feuchtigkeit mit Tee-Extrakt, Mandelöl und Chai Latte Duft und ich dachte mir so, das ist auf jeden Fall mega, mega nice, ich liebe Chai Latte, deswegen Rezeptur und Mikroplastik, Tuchmaterial 100% aus nachwachsenden Rohstoffen, interesting und so schaut das aus und ich finde es sieht aus wie diese Lotuskekse, die hier in dieser Chai Latte drin sind, also sehr cool, weil er hatte schon mehrere von diesen Masken, aber das ist bei Balea Logo, also jetzt ist es ja nicht mehr wirklich so neu, aber man hat sich irgendwie daran gewöhnt, da finde ich es trotzdem hässlich, das neue Balea Logo, aber ja, man soll die Maske 10 bis 20 Minuten einwirken lassen und ja, ich bin halt ein richtiger Maskensuchter, wer mich kennt, der weiß, dass ich einfach Masken über alles liebe, so und dann kommen wir noch zu einer noch weiteren Maske und die ist auch ultra süß, das Packaging ist ein 10 von 10 und zwar Limpel Edition Be Adorable bedruckte Tuchmaske, intensive Feuchtigkeit mit Waldbeerenextrakt, Sheerbutter und Triloron, vegan und zu tun Mikroplastik und Leute, wie süß sieht das bitte aus, ah, man sieht einfach aus wie so ein kleines Reh, man sieht aus wie Bambi, fand ich ultra cute, Verpackung, recycelbar, ja und das soll man auch 10 bis 20 Minuten einwirken lassen, be adorable, be adorable, Balea für mein schönstes Ich, sei sanft, fühl dich und öffne dein Herz, lass dich von dem süßen Reh inspirieren und erlebe, streiche zarte Pflegemomente, ähm, ja, auf jeden Fall, Waldbeerenextrakt, Sheerbutter, hört sich sehr interessant an, Hyaluron ist ja sowieso sehr gut für die Haut, ähm, beziehungsweise in der Haut kommt ja auch Hyaluron vorbei und ich habe irgendwie gelesen, was sehr erschreckend ist, dass mit 25, ähm, die Haut anfängt, Hyaluron abzubauen, was wirklich sehr schockierend ist, ähm, ja, auf jeden Fall, ich freue mich sehr, 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 sehr krass auf diese Maske, so, dann haben wir noch eine, äh, neue Maske von Balea und zwar die Cherry Dream Maske, entspannt die Haut mit Kirschblütenextrakt, Feuchtigkeitsspenden für jede Haut, vegan ist auch eine, auch eine Lymphedition, Rezeptor, Mikroplastik, soll man 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, Glycerin ist ja in Feuchtheit mit, deswegen spendet wohl schon Befeuchtigkeit mit japanischem, oh, ich liebe Japan, die Kultur, japanisches Kirschblütenfest, gibt es das voll schön im Frühling, mit japanischem Kirschblütenextrakt, zart gepflegtes Hautgefühl, für mehr Ausstrahlung bei Leergesichtsmasken pflegen und verwöhnen die Haut intensiv, packen Recyclebar und da sind halt zwei Packungen, was sehr praktisch ist, dass man nicht irgendwie, ähm, hier jetzt nur einer hat, weil man ja eigentlich so viel nicht braucht für einmal, deswegen ist es sehr cool, dass die halt das so, ähm, hier so aufgeteilt haben in zwei kleinere Masken, was sehr cool ist, dann, ähm, hat man da zweimal was von und ja, I love it, so, dann habe ich noch was für die Lippen mitgenommen und, ähm, zwar von Balea, I like you Vanilla Much mit sanften Farbfinish, das ist cool, dass es auch so leichtes Farbfinish gibt, Lippenpflege mit dem Duft nach Vanillemakarons und als da schon Vanillemakarons, da konnte ich einmal nicht mehr dran vorbeigehen, zarte Lippen, Rezeptorne Mikroplastik, Innernstoffe 99%, natürlich nur Ursprungsgras ohne Mineralöle, mit Chia Butter und Rapsöl, schenkzarte Geschmeinigkeit, weil ein sanftes Farbfinish, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Ja, also so ein Lippenpflegestift darf bei meiner Handtasche niemals fehlen und den habe ich mir jetzt einen neuen mitgenommen, da freue ich mich sehr drauf. Ich gucke mal, wie der riechen wird. Leute, ich kann ja kurz den Geruchstest hier machen. Ich habe es jetzt mal ausgepackt und, ähm, ja, oh, man sieht, der gibt leicht Farbe ab. Oh mein Gott, ein Träumchen, Leute, ich wünsche, ihr könntet das riechen. Das riecht einfach nach Makarons oder nach so Keksen, Vanillekekeksen. Es riecht so gut oder so Vanillekipfel oder so. Es riecht einfach nach purer Vanille, also richtig, 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 richtig lecker und ich kann ja mal kurz das hier so swatchen, weil das ja leichte Farbe abgeben soll. Okay, es gibt ganz leicht Farbe ab. Boah, es riecht so Bombe. So, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, aber, ähm, ja, also es gibt leicht Farbe ab, ähm, ja, und es riecht halt ultra gut. Also es ist jetzt nicht, ähm, kein Lippenpflegestift, es ist halt ein Pflegestift immer noch, aber es gibt so ganz leicht Farbe ab und zu guten Vorbereitungen, bevor man seine Lippen schminkt, ist man sich halt oder abends, ähm, nämlich auch oder unterwegs ist ja meine Lippen so Pflege und dann, indem ich sie gepflegt habe, mache ich dann auch, wenn, ähm, dann so, dass ich dann schminke drauf, also wenn ich dann gerade mal an dem Tag geschminkt bin oder manchmal auch, dann bin ich halt um den Lippen umgeschminkt und dann mache ich das drauf und ich mache abends auch sehr gerne eine Lippenmaske von Laneige oder Catrice, ähm, Lippenmaske drauf. Das ist so ein Düb zu der Laneige, weil die Laneige kostet ja über 20 Euro und, ähm, ja, okay, riecht auf jeden Fall sehr gut und, äh, ja, packe ich in meine Handtasche. So, dann haben wir noch ein Lippenprodukt und zwar von Essence, das ist auch brandneu. Sweet Surprise Color Changing Lipstick in so einem, so einem pink, pinker Verpackung kommt das daher und, ähm, steht drauf Essence Sweet Surprise Color True Lipstick 01 Sugar Rush Stains the Lips Pink Farbveränder Lippenstift verbt die Lippenpink ein, also je nach pH-Wert, ähm, der Lippen und ist vegan. Und, ja, das gab's, also im extra Aufsteller gab's das bei DM. Ich mach das mal kurz hier ab. So, ich mach das mal auf. Oh, so schaut das aus. Das ist so Swirl, das ist diesmal kein, so einer, der so glitzert, ähm, so Swirl Optik. Okay, ich mach den kurz mal den ganzen, so ein, ähm, Swatch Test. Also ich swatch ihn jetzt mal ganz kurz. Oh, aber man sieht, der hat so leichte Glitzerpartikel drinne und, ähm, der schaut auch so pink aus, so wie das Packaging und wie das Produkt auch, ähm, hier drinne. Sieht der, schaut ja sehr pink lastig aus. Und, ähm, ja, so schaut der aus. Der riecht auch sehr gut, finde ich. Und, ähm, ja. So, dann machen wir weiter. Dann habe ich noch, ähm, so einen Handwärmer gekauft. Den hab ich aber allerdings, den gab's halt, ich hab's in mehreren Filien geguckt, nicht mehr in der Filiale. Also mein, mein DM-Filien gefällt sich nicht mehr. Dann hab ich ihn online gekauft. Und zwar so einen Handwärmer. Ähm, den hatte ich auch, ähm, in Herzchenform. Ähm, letztes Jahr gab's das auch. Da hab ich das meiner Mom geschenkt. Und, ähm, dann wollte ich den nochmal in dieser süßen Panda-Form für mich nochmal so einen haben für den Winter. Und, ähm, jetzt, wo es bald langsam kälter wird. Und, äh, ja. Dann hab ich den jetzt einfach mal mitgenommen und online bestellt. Und ich packe den hier kurz aus. Der hat gekostet 3,65. Ähm, bloß halt Versendenkosten. 4 Euro irgendwas, ähm, bei DM. Und, ja, so schaut der aus. Voll süß. Wirklich richtig Zucker. Und den werde ich auch mal in der Handtasche packen. So. Anders süß. Wirklich anders süß. Und, äh, ja. So. Dann kommen wir jetzt auch schon zu Rossmann. Das war's jetzt mit DM. Und, ja. Das lagen wir zu Rossmann. Da hab ich mehrere Masken. Es ist fast ein reiner Maskenhoher, Leute. Ähm, ja. Ich habe von Isana eine Tuchmaske. Die hatten so neue Aufsteller. Da gab's verschiedene Masken. Da hab ich auch mal mitgenommen. Isana Tuchmaske. Einhorn. Zaubernuss, Kokosnuss und Vanilleextrakt. Limitierte Edition. Bewusst nachhaltig. Tonmaterial 100%. Natürlich ein ursprünglich zu tun. Im Mikroplastik. Siehe www.rossmann.de. Im Mikroplastik frei. Ja. Und steht drauf. Man soll das 10 Minuten. Mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Und, ähm, ja. Das sieht richtig süß aus. Dieses Packaging. Ich bin so ein kleines Verpackungsopfer. Und, ähm, ja. Vor allem Kokosnuss-Vanilleextrakt hat mich vorher angesprochen. Und, ähm, ja. Freue ich mich sehr drauf. Sehr cute. So. Und jetzt kommen wir zur nächsten Maske. Die fand ich auch anders süß. Und das ist eine Katzenmaske. Auch limitiert. Isana Tuchmaske. Sweet Kitty. Mit Panthenol. Panthenol ist ja so gut für die Haut. Ist ja auch für die Haare auch sehr gut. Und, ähm, ja. Und Kühlspültenextrakt ist da noch drin. Und, äh, da freue ich mich auch sehr drauf. Und, äh, soll man auch mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Das Tuchmaterial besteht aus 100% botanischen Phasen, die dafür sorgen, dass die Wirkstoffe optimal von der Haut aufgenommen werden. Äh, wunderbare Corming-Formeln mit Kühlspültenextrakt, Hauptpolstern der Hyaluronsäure und beruhigendem Panthenol fliegt die Hautkusche, weich glättet Fältchen und hilft mit ihrer intensiven Feuchtigkeitswirkung gegen Trockenheitsfältchen und Spannungsgefühle. In-Vivo-Studie zur Feindentiefe. In-Vivo-Studien zur Hautfeuchtigkeit. Das Tuchmaterial besteht aus 100%. Okay, das habe ich schon vorgelesen. Maske ist nicht wiederverwendbar. Das sollte klar sein. Nach dem Öffnen und mittelbarer Verbrauch und nicht zur Pflege von Kindern verwenden. Ja, ist vegan, die Maske. Und, ähm, das Packaging ist ein 10 von 10. Da freue ich mich sehr drauf. Richtig, richtig süß einfach. Ah. So, dann kommen wir zu Augenpads. Da habe ich zwei, nee, ich habe drei Stück von Isana und dann auch eine von Essence mitgenommen. Ähm, Isana Augenpads Leo Limited Edition. Sofortfrische Effekte mit Niacinamid und Grapefruit. Ähm, so schaut ihr aus. Sehr süß. Und, ähm, soll man, ähm, hier steht drauf, äh, Formulierung mit Niacinamid, Vitamin B3, mit der bei regelmäßiger Anwendung sichtbar feine Linien, die Augenpads wirkt erfrisch und strahlt. Ergebnis sorgen im Nu für einen strahlenden schönen und wachen Blick, der metallurgisch bestätigt. Soll man 10 bis 20 Minuten einlücken lassen und als kleinen Tipp für den extra frische Kick, das im Kühlschrank diese Eyepages auch bewahren, ist ein kleiner Hack von mir. So, dann kommen wir zu den nächsten Augenpads und die sind in Zebraform. Die Limited Edition Zebra glättet die zarte Augenpartie mit Truloron und Vitamin E. Vitamin E ist ja auch sehr gut und Truloron, da besteht ja die Haut auch draus. Ähm, der Hydro-Power-Komplex mit Truloron verleiht ein glättes und weiches Hautgefühl. Vitamin E wirkt antioxidativ und schützt vor freien Radikalen und somit vor vorzeitiger Hautalterung. Der angenehme Kühleffekt der Augenpads erfrischt sofort und wirkt Anzeichen von Müdigkeit entgegen. Ergebnis für eine vitalisierte und entspannte Hautpartie, Hautverkehrigkeit, dermatologisch bestätigt. Soll man auch 10 bis 20 Minuten einwirken lassen. Und, ähm, genau. Das Rezeptor und Mikroplastik, ja, freu mich sehr drauf. So, dann habe ich noch welche mitgenommen von Isana und die war ich auch voll süß. Ähm, und zwar in Herzform. Ich hatte ja mal von Herzform auch schon mal welche, äh, von Juti, mehrere. Hydro-Augenpads, Herzen, beleben und glättend. Belebend und glätten, Dyazinamid und Hibiskus, Limited Edition für jeden Hauttyp. Soll man auch 10 bis 20 Minuten einwirken lassen. Steht drauf, bitte nicht über 25 Grad lagern, Pads sind nicht wiederverwendbar nach dem öffentlichen Ummittelverbrauchen. Das ist klar, nicht zur Pflege von Kindern verwenden. Ja, hier steht drauf, ähm, Hydro-Power-Komplex mit Trillorund-Aloe Vera. Aloe Vera ist ja Hautspendend, äh, Feuchtigkeitsspendend, verleiht an seilig weiches Hautgefühl. Ja, freu mich sehr drauf auf die Pads. Und, äh, genau, jetzt ist mein ganzes Vorrat an Masken und Augenpads. Und jetzt kommen wir zu Essence, da habe ich auch Eyepadges mitgenommen. Und zwar Hydro-Eyepadges Cooling-Effekt, Hydrating Hyaluronic Acid, Dermatologisch getestet, für alle Hauttypen steht da drauf. Vegan, Fragrance-Free, Be a Mermaid. Also das sind solche, ähm, in Fischformen. Und ja, in diesem ganzen, so Mermaid, ähm, Sea, Sea World, so angehaucht, so unter Wasser, Welt und so weiter. Finde ich very cute, dieser Eyepadges, ich hatte schon mal welche von Essence, da war ich sehr zufrieden mit. Sind vegan. Und, ähm, ich stelle auf Xero, cute Mermaid Design, Hyaluronic Acid, Hydrating Cooling-Effekt, 03, ist die 03, I am a Mermaid. Aber es gab auch nur, ähm, neu diese hier und sonst halt diese pinken, die es gibt, gibt es jetzt auch, ähm, in so einem riesigen Packaging, dass man mehrere zusammen hat. Und es wäre cool, wenn die das für diese Mermaid-Dinger auch machen würden, dass man nicht so eine Umweltverschmutzung hat, dass man dann so direkt, ähm, so ein Paket hat mit mehreren drin. Das wäre sehr cool, weil das ist immer so der Umweltaspekt an diesen Eyepadges, dass es sich abfällt. Deswegen habe ich auch letztens welche von Balea so wiederverwendbare, verwendbare mir geholt. Auf jeden Fall sehr cutees Packaging mit dieser Glitzer-Optik, Mermaid-Optik, I love it. Freue mich sehr drauf, gucken, wie die sein werden. Und jetzt kommen wir zu Schminkel, da habe ich noch ein Produkt mitgenommen, das hat mir noch gefehlt, noch von dieser Galaxy Limited Edition von Maxine. Ähm, und zwar war das reduziert auf 1,50 Euro, ein Lipgloss. Oh, ich mache mal das Preis-Dings hier ab. So, habe ich abgemacht und, ähm, ich finde die Optik auch sehr schön. Und hier steht drauf, nur 1 Glazed Donut. Das heißt, die Farbe, es gibt auch noch eine Farbe, Glam Gloss für den ultimativen Glazed Look. Ähm, ja, es gab ja eigentlich auch noch so ein Ficking Spray und dann noch so ein Eyeglaze, so was für die Augen, so eine Art Lidschatten, aber es war leider ausverkauft. Ähm, ja, das war jetzt aus dem Ausverkauf, habe ich noch ergattern können. Finde ich sehr süß, diesen Lipgloss. Ja, sehr, sehr, sehr schön, die Farbe. Also, stelle ich mir sehr schön auf den Lippen vor und, ähm, genau. So, das war es auch mit meinem Drogerie-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Ciao!